Pokémon-Glazed-Blind-Naslog-Challenge Pokémon-Glazed-Blind-Song Pokémon-Glazed-Blind-Song Aber nichtsdestotrotz leite ich jetzt erstmal eine kleine Trainingssession ein und bringe jetzt zumindestens... ...sagen wir mal auf Level 10 oder vielleicht sogar Level 11. Muss ich mal schauen. Also, bis gleich. Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Glazed Blind Nasdaq Challenge. Nun, es hat man natürlich jetzt schon vielleicht eventuell gesehen. Und zwar, ich habe natürlich eine kleine Trainingssession mitgemacht. Äh, ja, ist natürlich auch schon längst hier schon mit eingeblendet gewesen. Da hat man natürlich jetzt sich einen etwa 15-minütigen in doppelter Geschwindigkeit befindlichen Trainingssessionablauf sich angucken können. Und jetzt machen wir einfach mal regulär weiter wie eh und je. Dann natürlich jetzt hier die beiden Zerschneiderbüsche hier natürlich wechseln. Dann kann ich jetzt einfach mal hier regulär weiter. Und, ja gut, dieser Käfertrainer... Na komm, wir lassen mal Flora mal nach vorne und schauen mal nach. Ach, mal sehen, was der so fein ist am Start hat. Der sagt zwar natürlich ja, dass der Regen zwar seine Käfer-Pokémon zwar unaufhaltsam macht, aber, na gut. Und wollen natürlich mal sehen, mit was der... Na komm, schon, Kokuna. Das ist... Das kannst du nicht erzählen. Gut, mit Kokuna. Ich kann mir schon denken, was der nur vorhört. Der setzt es die ganze Zeit nur Absorber bis zum... Äh, geht nicht mehr ein. Äh, Absorber sag ich schon, ja, Härtner ein. Aber andererseits soll mir das doch eigentlich mal vollkommen egal sein. Weil ich, ähm, krieg das Vieh auch, ähm, so platt. Und da das, äh, Kokuna hier sowieso nicht, weil es hier angreifen tut, kann ich es, äh, ja eigentlich ganz gemütlich, trotz der Tatsache, dass es vielleicht noch, ähm, ein oder zweimal noch Härtner einsetzt, äh, das ja spätestens vier Zügen mit erledigen. Von daher, wenn ich wirklich, dass man überhaupt nicht, was dieses Kokuna so fein ist, hier mal am Start haben könnte, äh, außer vielleicht noch Härtner einzusetzen und ja, einfach zu warten, bis, äh, irgendwann mal, ähm, der Regen auffüttelt und so Sonnenschein würde oder was auch immer. Na gut, wie die mal sei. Flora kriegt nochmal 121 Erfahrungspunkte. Nimmt man natürlich gerne mit. Und, mal sehen, ähm, ja genau, Flora hat natürlich noch eine neue Attacke noch mit, äh, gelernt, und zwar auf Level 9, und zwar hier Absorber. Äh, ja gut, bei, äh, Wiesel hat sich nicht geändert, bei Toxo, da hat natürlich noch, ähm, Verhöhner noch mit, äh, geleert bekommen, findet man natürlich nicht verkehrt und, äh, bei, äh, für, ja, Swamp Sync hat sich ja so gut wie gar nichts geändert. Mal sehen, das schicken wir mal nach oben, das hier hin und Mats Lab mal da hin. Ich weiß zwar, dass, äh, Swamp Sync ein freches Wesen hat, ergo natürlich dann einen massiven Bizets mit beinhaltet, aber mit einem schönen Stepmove im Regen kann man doch heute durchaus was machen. So, ich könnte, wenn ich wollte, aber dafür bräuchte ich auch Gegengift, dann könnte ich quasi dreimal, wie es ausschaut, hier durch solche Giftdornen hier mit hindurch und, äh, ja, den Weg abkürzen, wie es zumindest den Anschein hat. Aber, wozu? Warum soll ich denn da bitte schon da den Weg abkürzen? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. So, was hast du denn so, Fanny's? Ich suche nach antiken Artefakten, äh, die mal, äh, Menschen, äh, ja, gehört haben, die vor Ewigkeiten hier diesen Zunft gelebt haben. Gut, dann, ähm, suchen wir schön weiter. So, wie ich das also sehe, hätte ich, äh, wohl diesen Käfertrenner hier wohl umgehen können. Warum eigentlich? Warum bitteschön macht man, also, oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt der Ersteller dieses Hexels gewesen wäre, warum hätte ich das denn jetzt vorgehabt, hier eine Abkürzung, äh, dem Spieler anzubieten, unter der Bedingung, dass diese mit drei Giftdornen hier mit bedeckt ist? Da muss dann wohl entweder dieser Entwickler hier ein ziemlicher Troll gewesen sein, oder dieser Käfertrenner hier, der muss wohl etwas ganz Mieses mit am Start haben. Und, ähm, habe ich das gerade irgendwie richtig gehört, dass ich gerade irgendwo hier ein Knilz oder so in ferner, äh, also hier in der Ferne gerade irgendwo mit gehört habe? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Na, egal. Gut, mal sehen, gegen diesen Käfertrenner, hm, was machen wir denn da? Ja, Käfertrenner, 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 Käfertrenner. Wenn ich natürlich, äh, hier ein, ähm, Schwalbini hiermit hätte, dann wären wir das, äh, möglicherweise, was ja gleich kommen wird, vielleicht, naja, Banane. Naja, gut, ich würde nur sagen, wir leiden einfach mal mit Flora und dann schauen wir mal nach. So, hallo, du Käfertrenner. Du hast einen beeindruckenden Käfertypen. Ja, gut, schön. Mag natürlich alles schön und gut sein, aber, ähm, das beeindruckt mich jetzt noch nicht so richtig, außer, dass du jetzt drei Pokémon mit einsetzen tust. Nein, 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 bitte mach jetzt nicht das, was ich befürchte. Bitte mach nicht das, was ich denke. Dieser Tannenzapfen kann doch definitiv schon, ähm, Finale, oder? Warte, das gucke ich mal schnell nach. So, äh, Pineco, das ist, ähm, Tanzer. So, Tanzer. Ja, das Feed, das kann schon Finale, und zwar auf Level 6. Und das Feed ist hier auf Level 9. Sagt mir jetzt allen Ernstes nicht. Wenn der jetzt zum einen Finale einsetzt, dann werde ich jetzt definitiv hier zu Flora verlieren. Oder ich schicke hier irgendjemand anderen rein und werde dann diesen verlieren. Und, äh, da der drei Pokémon hat, muss ich wohl im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass er noch zwei weitere Tanzers mit am Start hat, die dann wohl ebenfalls Finale einsetzen. Das bedeutet, ich würde hier wohl mindestens drei Pokémon oder maximal drei Pokémon, wie komme ich jetzt auf mindestens, also maximal drei Pokémon werde ich hier wohl, ähm, jetzt verlieren. So, eventuell, oder auch mal ganz spontan gesagt, was mir natürlich jetzt nicht großartig, ähm, Freude bereitet. Ich geh von Tegg. Mit Pleite auf und konnte ich eh nichts anderes übrig. Ja, Selfdestruct. Flora hat das überlebt. Reise, motherfucker! Alter Schwede! Eines der seltenen Momente, wo Finale das Ganze überlebt. Man muss mit bedenken, Finale... Stimmt! Ja, war es aber so. Finale hat ja quasi, äh, insgeheim den doppelten Schaden mit verursacht, weil quasi hier die Verteidigung des Ziels um die Hälfte gesenkt wurde. Und man muss mit bedenken, Flora hat ja an sich hier ein, äh, zackhaftes Wesen, das heißt, Defensive Minus und Spezialdefensive Plus. Und ich überlebe hier ein Finale. Geil! Aber eine zweite Finale werde ich nicht überleben, wollte ich sagen. Na komm schon, Safcon kann definitiv hier kein Finale. Da kannst du mir, äh, hier versuchen zwar einen Bären aufzubinden, aber das kaufe ich dir nicht ab. Ähm, ja schön, mach ruhig, du Härtner, soll mir vollkommen egal sein. Oder warte mal, wenn der jetzt hier nur Härtner einsetzen tut, dann werde ich vielleicht die Gunst der Stunde ergreifen und zu Swampson raus wechseln. Weil Swampson greift ja speziell an und deswegen kann mir der Härtner mir von diesen Metapod mehr mal vollkommen egal sein. Alter Schwede! Äh, ich hasse, äh, generell Pokémon, die sonst wie frühzeitig, äh, ja, ne Selbstzerstörung einleiten können. Oder wenn vielleicht irgendein Pokémon mit Metronom reinkommt und erstmal den Säfte-Struck erstmal rausheuert. Äh, ne, find ich nicht so einladend. Ähm, überhaupt nicht. Gut. Alter Schwede! Ist der schon mal weg, so? Und was ist das letzte Pokémon? Smetbo! Okay, gut, Smetbo. Hm. Smetbo greift ja mehr speziell an. Und ich hab jetzt ein... ...Hydropofium hier, das ja ein freches Wesen hat. Pfff... Pfff... Hm. Ich würd mal sagen, ich, äh, geh jetzt erstmal gleich für'n Tackle und, ähm, scoute mal so insgeheim mit was dieses Smetbo jetzt so kommen möge. ...Konfession, äh, 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 ähm, nee, äh, Konfession nicht so großartig und, äh, die Verwirrung erst recht nicht. Warum jetzt, äh, Verwirrung, äh, und, äh, warum ich, ich, ich mach mehr Schaden durch meine, durch mein Selbsthit, als, äh, das Vieh, äh, ja, mir generell mit der Konfession mir irgendetwas reinzimmert. Alter Schwede, nein, nein, nein. Gut, ähm, Swansea, ich wollte eigentlich jetzt sagen, tschüss, danke dafür, dass du da warst, aber, ähm, pff, äh, äh, blö, blö, äh, nein. So, Preisfrage, was mach ich jetzt, äh? Konfession? Also, ähm, pff, Toxu brauche ich nicht reinzuschicken, weil Toxu überlebt das nicht, niemals. Ich bräuchte aber jetzt einen Free Switch. Oder ich, äh, müsste jetzt entweder Weasel oder Flora reinschicken, um die, äh, vielleicht kommende Konfession, ähm, irgendwie abzufangen. Spezialdefensive 17, du hast 13 und du hast 22. Ähm, ne, ich schicke jetzt die Weasel rein, weil ich möchte jetzt nicht einfach mal so ein, ähm, 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 ja, komm schon, vergiss es. Kritze mich doch nicht, alter Schwede, ich glaube, es sagt wohl, erst mal ein Kritz zur Begrüßung, jawohl, das, äh, hättest du sehr gerne, hier du mich auch. Ne, 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 lass uns mal bitte weg. Und offen konnte ich kann das Free nur, eh, äh, ich hab Konfession, wie es ausschaut. Also, weiß nicht, ist das Free etwa hier, ähm, gescaft? Oder hat sie für Choice-Backs? Verdammt. Doch, Choice-Backs könnte es ja vielleicht schon haben, aber das, das wäre ja mal richtig assi. Aber mal wirklich. Ich glaube, ich, äh, quick attack dich ein paar Mal, äh, wir werden mal sehen, ähm, wie viel Schaden ich bei dir, also insgeheim dir mehr reinzimmer. Also, wenn jetzt kein Critical Hit kommt und, äh, dieses, äh, mir jetzt nicht 15 KP jetzt abzieht, dann werde ich definitiv noch eine Konfession noch mit überleben. Aber, ähm, es wäre ein bisschen blöd, weil so ein Free-Switch oder so bräuchte ich natürlich mal durchaus. Ich glaube, ich nutze vielleicht die Gunster-Stunde und werde jetzt hier, wenn es halt jetzt sein, muss jetzt die Potions einsetzen. Bis so geht nicht mehr. Hauptsache, ich kann das Vieh, ähm, ja, solide besiegen. Und wie es zumindest hier nur den Anschein hat, kann das wohl nur Konfession haben. Also ist es wohl gescaft oder, ähm, hier, hier gescaxt? Und, ich würde mal sagen, mehr gescaft, weil wenn es hier, äh, gescaxt wäre, dann würde es doch definitiv mehr Schaden mit verursachen, als mir lieb ist. So. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob dieser eine Quick Attack jetzt gegebenenfalls ausreichen könnte, aber ich gehe hier kein Risiko ein. Ich halte lieber nur mal sichergehend. Deswegen kann mir das mal vollkommen egal sein. Und jetzt würde ich natürlich noch halt nicht hier hin, sondern, ähm, ach, komm schon, edeltes Drecksmenü. Äh, komm schon, Quick Attack, hätte das zuvor ausgereicht? Doch, doch, gut, hätte ausgereicht. Gut, weiß ja nicht, hätte auch sein können, es hätte ja mit nur einem einzigen KP noch überlebt und, äh, was weiß ich, dann hier irgendwie, äh, Mord und Totschlag hiermit verursacht, was auch immer. Alter Schwede. War das nicht beeindruckend? Ähm, pfff, beeindruckend eher in dem Sinne, dass, ähm, ja gut, die Finale einfach mal, ähm, überstanden wurde. Mal sehen, was wäre denn da die Alternative gewesen? Hätte ich vielleicht doch lieber drei Pokémon hier mal random vergiften sollen, nur damit ich an diesen Trainer nicht begegne. Wer weiß noch ganz genau, auf jeden Fall Ocean Fear Park. Gut, so, was haben wir denn hier im Ocean Fear Park? Was hast du so fein? Bist du ein Pokémon-Trainer? Ja. Gut, dann gebe ich dir etwas. Jupp, jupp, ähm, nehme ich gerne mit. Warum eigentlich nicht? So, Kuma-Misch ist, ähm, deliziös, ähm, es, ähm, regeneriert 100 HP von, äh, hier, äh, auf deinen Pokémon. Je nachdem, was du es gibst, ist ja klar. So, kamst du gerade aus dem Sumpf dort, äh, es ist, äh, ziemlich, ähm, abschuldig dort, hier in der Tat. So, gut, ich brauche Zerschneider, dann kann ich quasi hier oben nach dem Rechten sehen. So. Gut, wollen wir mal eine Runde hier übersetzen. Ach, ich liebe es, mit meinem Trainer hier, hier, ähm, Zeit zu verbringen. Sie ist so, so freundlich und es ist einfach wunderbar, jeden Tag, ähm, hier in den Park zu kommen. So, finde ich auch. So. Ähm, mein, äh, Visor war quasi das erste Pokémon, was ich quasi gefangen habe. Ich liebe es als jedes andere. Gut, ähm, hier gibt es nicht zufälligerweise die Möglichkeit, irgendwie eine Angel oder, äh, einen Zerschneider hier vorzufinden, damit ich dann wenigstens dort rein kann. Das wäre richtig nice. Ocean-Für-City. Okay. So, was dazu zu finden ist, warum ist der Pokémon so weit von der Rest der Stadt entfernt? Äh. Gut, meinetwegen. Gehen wir mal zum Spaß mal rein. Mal sehen, was wir so fein ist hier mit am Start haben. Hier gibt es zumindest das Poké-Bälle. Das ist schön. Potion kannst du mir nicht schon. Super-Potion gibt es schon. Hier gibt es im Übrigen Gift. Ist ja klasse. Ähm, das heißt, man hätte das so machen müssen, dass die, äh, HP von drei Pokémon instant auf, ähm, voll wären. So, das ist natürlich dann auch gilt, dass dann auch, sagen wir mal, drei Pokémon, äh, vergiftet werden müssen, die dann auch, äh, eine hohe Anzahl an KP haben, sodass du es dann noch rechtzeitig hättest schaffen können, unter der Bedingung, dass du auch noch mindestens 300 Poké-Dollar noch mit übrig hast und, äh, dann dir noch drei Gegengifte holen kannst, bevor du ihn hier als Pokémon-Center aufmachst und, äh, mitsehen musst, dass mindestens eines der drei Vergifteten dann, ähm, abkratzt. Oder so ähnlich. So, äh, ähm. Ähm, ja gut, ähm, schön, dass du einen, ähm, Evoli gerne haben möchtest. So, was hast du so feines? Ähm, hm, 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 hm. Der hat auch nicht so feines, gut. Ob ich mich jetzt hier ein bisschen hier in Urgenview-City jetzt, wenn ich mich hier umgucke? Bestimmt, ja, ähm, hier muss es doch bestimmt irgendwie, äh, ein Zerschneidermännlein geben. Das wäre doch richtig nice. Ähm, haben wir vielleicht hier einen? Ähm, nein, du hast ja nichts, äh, was ist mit dir? Nö. Hm. Also, wäre natürlich richtig nice. Was ist das du? Hm, 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 hm. Okay, gut, vielleicht könnte hier Zerschneider mit drin sein. Hast du, hast du den? So, ich bin so nervös, ähm, hm. Okay, du nicht. Nö. Gut, die sind natürlich jetzt noch mitten in ein Date, dann wollen wir die mal nicht weitersteuern. Was haben wir hier noch so feines? So, Sparky nutzt Elektro-Type-Pokémon, okay. Ähm, gut zu wissen, Elektro-Pokémon, ja, hm. Hm, also Elektro-Pokémon, ja, ja, wenn ich jetzt das Warmsing vielleicht noch so auf Level 16 noch mit hochbringe, dann wird er ja quasi, äh, zu Wasserboden. Dann kann es mir aber vollkommen egal sein. Flora könnte ich da, äh, ähm, reinschicken. Hm, aber bis dahin gibt es ja noch so einiges. So, ach, was haben wir denn hier so feines? So, okay. Und was sagt natürlich hier, äh, Spawnboards? Äh, Spawnboards sage ich schon, ja, Madcap. So, ich schwöre, wenn irgendwer, ja, ähm, wenn irgendwer sagt, man möchte, äh, äh, mit mir schon ab, dann fertig ist, um, dann werde ich den umbringen. Okay, ich, ähm, gehe jetzt einfach mal. Hast du so? Äh, hm. Mö, sag mal, hat den Kinder von denen hier, äh, Zerschneider oder so? Und das wäre richtig nice. Was ist mit den beiden Kämpfern hier? So, wenn du, äh, Kampf, äh, achso, sicherlich, äh, magst du Kampftypen mehr als Elektro-Pokémon, oder? Kampftypen sind, äh, einfach viel stärker. Okay, und du so? So, wir trainieren, äh, um, äh, diese Arena zu pulverisieren. Also, das ist nicht der Grund, äh, dafür, dass, dass die Arena so hart ist. Zuminen fuhr, äh, könnte, ähm, Sparky's, äh, warte mal, Choltyrn, Choltyrn, Choltyrn. Oh, warte mal, ist das Blitzer? Okay, also, wir wissen, Elektro-Arena, Sparky, und der hat einen Blitzer. Jo, ich hab irgendwie jetzt schon keine Lust mehr dazu. Ähm, okay, ähm, schön. So, was haben wir hier so feines? Bootshaus. Nette Musik, nicht in der Tat. Aber, ähm, pfff. Ich glaub, hier gibt es, äh, nicht die Gelegenheit, äh... Ne, hier will man, also, warte mal, was willst du haben? Willst du ein, äh, Volnona haben gegen ein, ähm, Quapuzzi? Also, ein Volnona wäre natürlich nicht verkehrt. Wenn ich irgendwann mal irgendwo ein Wohlpix mal vorfinden würde, dann brauch ich aber natürlich auch noch einen Feuerstein, damit ich jetzt so einen Volnona weiterentwickeln kann. Äh, ne, Quatsch, ne, Quatsch, was red ich da? Ich brauch einen Quapuzzi. Also, Quapuzzi, äh, zum Quapuzzi weiterentwickeln, Level 25, und dann krieg ich ein, ähm, Volnona auf Level 25. Gut, die machen natürlich hier, ähm, Sightseeing, ähm, Love-Action des Todes. Ähm, will wir die nicht mal weiter stören. So, was haben wir hier? So. Ich soll natürlich schon noch ein bisschen mit erkunden. Und, äh, was ist mit dem? Der sagt bestimmt dasselbe. Ne, ich brauch erst ein Wunsch-Ticket, und dann kann ich quasi, ja... Gut, schön für das Wunsch-Ticket. Brr, ähm, so, hallo, du da. Naja. Oh, hallo, ich gebe dir, ähm, für, für gewöhnlich, ähm, Anweisungen für diese Arena. Aber die Arena ist momentan geschlossen. Der, ähm, Arenaleiter, ähm, sagt, er hat, ähm, irgendein Krawall, ähm, ähm, Kraftwerke gehört. Gut, schön und gut. Und was ist das hier noch? Ähm, Oceanview Bed & Breakfast. Oh, ein Hotel. Nur gut. Schauen wir einfach mal nach. Mal sehen, was wir hier noch so feines finden. So. Leute, das sind wir komplett ausgebucht. Komm, irgendwann mal wieder. Äh, nö, ich bin jetzt hier drin. Da möchte ich natürlich auch gerne mal wissen, was noch so feines hier drin ist. So. Also, ein Seemann, der, ähm, Boote oder, ähm, Schiffe nicht gerade sehr komfortabel findet. Naja, wie dem auch sei. So, hast du irgendwas feines für mich? So, Pokémon sind einfacher zu fangen, ähm, wenn du, ähm, also wenn, wenn die sich glaubt. Hast du das denn gewusst? Natürlich hab ich das gewusst. Wusste ich auch schon die ganze Zeit über. Haben wir jetzt hier noch irgendetwas feines? Na gut, hier sind schon mal zwei Personen. Komm, ich fang mal mit den Herrn mal an. So. Ähm, meine, meine Tochter, ähm, oh, warte mal, kann man das etwa so übersetzen, wie, äh, meine Tochter hat wohl hier einen ziemlichen Schaden? Aber, ähm, das ist sicher. Ähm, sie, sie hat einen Pokémon, ähm, 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 äh, eigenständig gefangen. Und, äh, das, äh, in so jungen Jahren. Okay, mal sehen, was für einen Pokémon hast du denn so feines? Vielleicht erzählst du mir etwas von diesem Pokémon. Hey du, ich möchte dir etwas geben. Dieses Pokémon, äh, hab ich zuvor noch nie gesehen und, äh, 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 also, warte mal, hab ich noch nie gesehen, bevor es mir nämlich erfolgt hat. Ich hab's gefangen, aber mein Daddy sagt, ich bin noch zu jung. Möchtest du das haben? Warum nicht? Okay, ähm, geschenktes Pokémon nehme ich natürlich gerne an. Aber was für ein Pokémon ist denn das? Äh, ein Ditto? Höh, okay. Mal sehen, ich glaub mal am allerwenigsten, dass, äh, Ditto hier schon die, äh, Instant Ability Imposter mit hat. Und deswegen, äh, ähm, geh ich mal nicht davon aus, ähm, dass ich, äh, wenn ich jetzt den Kampf einsetzen würde, dass es Instant sich, äh, ja, in dessen Gegner sich verwandelt. So, ne, Limbo, oh gut. Dachte ich mir schon. Also, wenn's hier Imposter schon mit gehabt hätte, das wär ja mal richtig, äh, ähm, abartig. Okay, ernstes Wesen, neutral, kennen wir zu Genüge. So, ansonsten ja nichts Neues und, äh, transformen wir als einzigste, äh, Attacke. Naja, ob ich davon jetzt so glücklich sein möge, hm, wer weiß das so ganz genau. Ich glaub, äh, ähm, ja gut. Dann natürlich, der Part sich jetzt nur mal dem Ende neigt. Würde ich mal sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben, wird stets einen loben. Und dann, see you on the next mission. Und dann, see you on the next mission.